Herzlich Willkommen zum Kurs Learning to Code Programmieren mit PocketCode. In diesem Kurs werden wir Apps und Programme direkt auf unserem Smartphone erstellen. Das werden wir mit Hilfe von PocketCode machen. Doch was ist eigentlich PocketCode? PocketCode ist eine App, die uns ermöglicht, direkt auf unserem Smartphone zu programmieren. Du kennst sicher das. Genau, das ist ein Lego Baustein. Auch bei PocketCode gibt es viele verschiedene Bausteine. Jeder Baustein hat eine gewisse Funktion. Und durch geschicktes Zusammensetzen dieser Bausteine können wir tolle Programme, wie zum Beispiel Spiele oder Animationen machen. Du fragst dich jetzt sicher, warum ist es wichtig programmieren zu können? Es ist sehr wichtig. Denke einmal an deinen Alltag. Überall, wo es Maschinen, Computer oder auch Smartphone gibt, brauchen wir das Programmieren. Da in Zukunft die Technologie immer mehr zunimmt, wird auch die Fähigkeit des Programmierens immer wichtiger. In vielen Jobs wird es nicht mehr ohne Programmierkenntnisse gehen. Programmieren ist wie eine neue Sprache zu erlernen. Es erfordert viel Übung, aber wenn man es erstmal verinnerlicht hat und die Konzepte kennt, ist es nicht mehr schwer. Dieser Kurs besteht aus fünf Kapiteln, in denen es kurze Lernvideos gibt. Zusätzlich dazu gibt es immer wieder einige Aufgaben, die dir die Möglichkeit geben, dein Wissen und deine Kreativität einzusetzen. Solltest du mal nicht weiter wissen, kannst du dir deinen Tipp oder auch eine mögliche Lösung anschauen. Ganz am Ende jedes Kapitels gibt es noch ein Quiz. In dem Quiz werden knifflige Fragen gestellt, die dir helfen zu überprüfen, ob du alles verstanden hast. Zusätzlich zu einem Teilnahmezertifikat kannst du auch noch tolle Preise gewinnen beim Galaxy Game Jam. Wie genau du hier teilnehmen kannst, erkläre ich dir später. Oder hole dir weitere Infos unter www.galaxygamejam.com Die Zukunft hat begonnen. Lass uns lernen zu programmieren. Begründet الذي macht egal, wenn du deine Kreativität nie vor einemysel bearst và iPad ausprobieren. Sempre dopo Form sheets darbauen espect 뭐야 und seiner Kreatur ausbildet werden have gradientbern können.